Ja gut, gegen den kann man verlieren, oh nix besonderes, nice, ah, ah warte mal, ich muss keinen Auftrag in den Stadium machen, sondern Abschüsse. So, okay gut. Oh leu, wir sind schon im Spiel, uff. Nein, was hab ich gemacht? Einmal mit Profis spielen bitte, danke schön. Ich hab nach dem Controller gegriffen und bin ausgesehen auf die X-Taste gekommen. Oh, ist das dumm. Liebes Hüde, bitte lass mich nicht drauf gehen, ich muss mit absoluten inkompetenten Mates spielen. Ach, halt's Maul, du hast weniger Kits wie ich und das jede Runde. Das stimmt noch nicht mal. Warum nicht? In jeden Fall, das bin ich nicht gegen ihn. Wo steht der? Wahrscheinlich kann einer wegmachen. Wo? Ja. Der Drake. Ja, jetzt ist er tot. Ich schieße ihn auf Drake an. Ich schieße ihn auf Drake an, er zieht bis dein Patriotisch umgeht wie ein Instant-Headshot. Keine Angst, ich hab ihn weggemacht für dich. Nee. Und jetzt, wenn du erst mal ein bisschen überleben würdest, bin ich gleich bei dir. Ah, ich und überleben, ah. Ich glaub nicht. Also, noch geht's mir gut. Jetzt hab ich guter geworden. Ebenfalls etwas. Braucht man jetzt irgend so'n Code, um dieses Türchen zu öffnen? Du brauchst diese blaue Keycard. Nein, du brauchst die gar nicht mehr. Du kannst jetzt einfach rein. Nicht dein Ernst. Doch. Du kannst jetzt einfach rein. Nicht dein fucking... Doch. COD! Klein Timmy! Spitte dich! Ich komm da einfach rein. Ja. Was für ein Bullshit. Ey, das ist ja voll die übelsten übertriebenen Waffen drin. Wot, das ist... Ach! Ja, und guck mal hier, was ich hier habe. Guck mal, nur 10 Schuss, aber bestimmt übelst geil, damit du einen nur mit einem Schuss downst. Deswegen brauchst du dein früher... Ich bin bei uns. Gegner. Ja, ich bin 10 Kilometer weit weg von euch. Ender, aus dem Grund brauchst du früher blaue Keycards. Aber das Klein Timmy, die natürlich rausholt, ist natürlich wieder sinnvoll gewesen. Ja, ich werde dann gesnipet. Ender, ich gebe dir gerade eine Rüstung. Late. Ah, ich weiß, wo ihr steht. Yo. Easy, Alter. Wo? Rüstungsspike. Wo steht der, Spassi? Find ein Gebiet! Weißen zwei, Achtung! Ja, einen habe ich. Er ist schon einer. Ja, nice. Da haben sie's ein bisschen falsch reingelegt. Äter, Nils, warte, Nils, hier, guck mal. Hier, die lag da drin. Ja, genau, was ist das denn? Ja, klein Timmy, geh dich einfach verbuddeln, bitte. Benutzt du die, oder? Ne, ich glaube, ich benutze die. Ich wollte die nur zum Zeigen geben, aber... Willst du sie? Komm, ich kann sie auch gerne austauschen. Ja, ne, hat nur 10 Schuss. Ich geh nicht, bin nicht so mit dem Aim. Äh, stimmt auch, wieder. Komm, hier, bitteschön, kannst du haben. Ja, danke. Ich spiel lieber. Ich spiel lieber mit der normalen Dings. LoL, als ob die Spezialmonie jetzt weggegangen ist. Ja, tschüss, geht die weg. Sobald du die einmal hinschmeißt, geht die weg. Ne, du kannst, normalerweise, wenn ich die aufnehme, ist die... Lord, pass auf, ich erklär dir, was der Fall ist, ja? Ich schildere dir mal gerade den Fall. Das haben wir am Ende und ich nämlich festgestellt. Es ist der Fall, sobald du einmal mit derselben Waffe die Munition dann wieder aufsammelst, ist sie weg. LoL, was... Das heißt, du darfst niemals mit derselben Munition dann dieses Ding öffnen, weil es sonst weg ist. Äh, will das jemand? Geil. Ja, und die will ich mir holen. Hat sich einer gerade schon gekriegt. Ach, naja, klar. Das Problem ist, ich habe keine Sturm... Munition. Ich habe 180 Schuss. Links wird geschossen. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Jo, wo ist das denn? Na? Ne, bleibbar noch hoch. Ne, warte, die MP war absolut scheiße. Gib mir meine Bullfrog, Junge. Türen. Äh, eine da ist oben oder was? Kriegst du den Auftrag? Ja, ich bin oben. Ja. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Als ob wir jetzt da rüber müssen. Es ist doch ein Scherz, oder? Ja, ich bin da oben. Ich kann da schnell hinfliegen. Ich habe irgendwie gleich schon Orientierungs-Sinn verloren von Stadium. Ich kann da auch nicht so schnell hinfliegen wie erwartet. Wolltest du den anderen Heli dort? Jo, jo, bin dabei. Ja, gut. Äh, ja, falls du Spezialmonie brauchst, ähm... Auftrag abgeschlossen. Alle vorhanden. Kommst du nochmal bitte zurück, ne? Ich habe keine Waffe dafür. Ich habe keine gute Waffe. Hm. Warte, ich kann sie aber trotzdem holen. Komm. Fass. Ich werde angeschossen. Ja. Auf... Von wo? Ich habe gekillt. Der Heli. Ah, ich habe... Ja. Ich habe die Leute im Heli gekillt. Jungs. Alles? Ja, hier liegt der Kompletteste von denen. Ja, aufpassen. Ja, da sind Spielerwaffen dabei. Ups. Das tut mir aber jetzt leid. Guck mal, da wie ich da hochkomme. Also, das ist ne Beste-Auf-Zähne, Jungs. Das verspreche ich euch, dass das ne Beste-Auf-Zähne ist. Ihr Wichser, legt euch nicht mit meinem Heli an. Aber dein Heli ist kaputt dafür, oder? Ja, ja, meiner ist auch kaputt gegangen. Aber es hat gereicht. Ich bin durch den nicht kaputt gegangen. Alter, das... Irgendwo ist... Wie viele Leute habe ich damit gekillt? Zwei Stück. Äh, warte. Die wollen mir aber nicht als Kill angerechnet, dass das bitterer da dran... Ja, weil sie durch den Heli gesturmen sind, Explosion. Ja, ja, aber trotzdem, man noch. Weitenherzig. Im Heli. Arschloch. Nöööö. Arschloch. Ich werde aber noch beschossen von hinten, von dem Dach. Von wo? Alter. Ja. Ja, runter hier. Nichts Besseres zu tun, oder was? Nöö, anscheinend nicht. Verbündete Ausrüstungslieferung. Na, ja, klar, als ob die da ist. Ihr wollt mich doch alle hops nehmen. Die ist gut. Die liegt direkt vor der Tür. Ja. Was, was scherzt du dich? Ja. Wenn wir Openfields jetzt rennen, wenn wir weggesnippen. Weil genau das Haus, wo die sind. Alles gut. Wo die eben waren. Also ich konnte nie sie snacken. Ich bin jetzt da. Alter. Es hätte nur Sorbilus, dass sie halt da oben sitzen konnten. Loi. Schon angesnipet? Ja, von dem Spacko da oben auf dem Haus. Da, von dem. Alter, ich bin so doof. Ich bin so doof. Es snapped auf mich. Hat mich getroffen. Ich bin wieder in den Kampen. Ja. 200 Meter kann ich dich türen. Alter, meine Waffe ist dafür null ausgelegt. Ne. Ich versuch's erst gar nicht. Weiß, ihr Platten braucht, ich kann einen Platten geben. Ich find's schön, dass meine Waffe... Lass weg, lass weg. Lass rein. Ich find's schön, dass meine Waffe gegen den Stein schießt. Wir können nicht rein, wir müssen weg. Das Gas nimmt sich dir. Ja, Zone ist aber vor uns. Wir müssen rein. Ob wir wollen oder nicht. Wir müssen rein. Ach so, ja wow. Mit rein hab ich gedacht, du willst in ein Stadium rein. Feindlicher Beschuss. Das rein musst du definieren können, bitte. Wir sind in der Sicherheitszone. Auf Feindaufpass. Änder, kommst du rüber? Jungs, kommt hin. Ich muss irgendwie so gehen, dass ich nicht geschnipert werden kann. Dort. Weg hier hin. Was? Hier, Panzerung. Ich hatte keine mehr, ich brauchte. So leid es mir tut, ich musste die platzieren. Ist ja kein Problem, ich hatte auch... Hat einer von euch vielleicht, äh... Änder, Panzerung. Ja, Panzerung. Ja. Ich sag' Gott ja, irgendeine Feldaufrüstung, die noch auf dem Boden liegt. Nee, hab ich nicht. Irgendwie ne Primärgranate oder sowas. Äh, ich hab meine zwei Samthexen. Das ist halt einzig, was ich... Lot, hast du zufällig Claymore oder Nährungsmine? Nee. Ah doch, hier ist der Samt. Hier ist der Samt, pass auf. Jetzt hol dir die Nährungsmine. Ja. Ja, dann gehen wir nach oben, aufs Dach. Aber dann schmeiß ich meine Samthexen weg. Warte, Lord. Die kannst du die gleich wiederholen. Okay. Ja. Dann gehen wir aufs Dach. Warte. Warte, da. Da, die Richtung, hier ist ein Treppen. Ja. Ich geh aufs Dach. Okay. Ich möchte es einmal ausgesetzt haben. Okay, ducken. Kontakt! Ich... ...zwinge es die Drohne. Du setzt da jetzt die Nährungsmine hin. Vielleicht funktioniert das. Du musst mal runterkommen. Die Panzerabwehrmine schau. Nein, sie prallt ab. Prallt ab. Sie prallt ab. Ach, schade. Dann haben wir irgendwie keine Claymore. Und die Claymore haftet auf jeden Fall. Ja, Claymore haftet. Scheiße. Ich geh mir mal grad meine Sam-Tags wiederholen. Ich hab keinen Sound. Ja, da ist ein komplettes Dreier-Team auf dem Dach. Ja, ja. Was denkst du denn? Wir haben auch ein Heli. Wo sind die? Ja, ein Heli. Kannst du mal grad anpingen? Nein, da. Oh, genau. Ziel. Hä, ich kann nicht mehr pingen. Jetzt kann ich mehr pingen. Ah, jetzt kann ich mehr pingen. Hä, was war das denn gerade? Wer hat krass? Wieso schießt du? Ich wollte keinen Heli treffen. Treffe ich aber nicht. Ich werde von links unten weggemacht. Ja, war ja klar. Ach, war klar. Schnauze, du stehst mittendrin. Geh da weg. Junge, hol mich nicht wieder. Da, von da wurde ich beschossen. Da war es doch kontraproduktiv, mich da wiederzuholen. Da ist aber keiner. Da ist einer. Und hinter euch stehen die anderen. Rechts oben, da steht einer. Und der schießt auch nicht auf mich. Der Pfeil kam genau von da in der Richtung. Ob du es mir glauben möchtest oder nicht. Du weißt doch, wie das mit Pfeilen und COD ist. Die Pfeile waren bis jetzt immer richtig. Ja, die waren auch immer richtig. Also das wird kein Bug bekannt. Äh, wäre ich mir nicht so sicher. Ja, du bist wieder zu negativ eingestellt. Es ist COD, was habt ihr erwartet? Trotzdem, Parting hat das Spiel schon richtig gemacht. Sonst hätte es sich nicht so gut verkauft. Also... Ich fliege mit dem Heli weg. Die niemand findet. Die sind mit dem Heli abkauen. Da. Und was ist da? Heli. Ach komm, tschüss. Gut, dass du den fucking Pfeilschirm nochmals ziehen konntest. kommen wieder zurück was vergessen oder was vielleicht mal meine dmr 14 da oben liegen da stehen wir noch hin Achtung laut aus zwei stück beim Shopkunst Geist holen wir haben schon Geist aber gut ändert nicht der Thema ist ich weiß nicht ob ich da unbedingt hin möchte beim Selbstziel würde ich mehr ziehen vielleicht ein bisschen mehr im Shoppen für das Selbstziel, Drohne, ETC Selbstziel gezogen LÖH Einer von euch hat mich gerade hier hingeschubst will ich gerade mal festhalten Er warte mal Ender du brauchst noch Geld 1 2 Dürfte ich Munitionskiste kaufen? Ja Kannst du machen, ja Da geht zwar meine Drohne für drauf, aber ich brauch dann nur noch eine Munitionskiste im nächsten Spiel Ich bin oben auf dem Dachdorf, ne? Ich brauch nur noch eine Munitionsdrohne, dann hab ich diese Kackmission hinter mir Da oben sind die drauf, nur so 10 von Ah, vergesse es Da ist einer Ah, und du bist da oben drauf, okay Hey, die fliegt Ist nur einer drinnen, komischerweise Wo fliegt der hin? Der fliegt jetzt da, hat ein Kumpel abgeholt anscheinend Zeig mal, wo der ist Sie kommt, hier, der ist hier, da Der fliegt doch da Ping, an Ich hab doch gepingt Nein, hast du nicht Hast du nicht Hast du nicht Jetzt hast du den zum ersten Mal angepingt Alter, der war bei mir die ganze Zeit schon angezogen Ne Drüber gesprungen Da kommt jemand die Seilrutsche hoch Da ist ein Fight im Stande jetzt Aus der Enttrennung wie Stefan, dann kann ich nur anpingen Äh, Nils, du stehst unten, ne? Es kann sein, dass sich gleich einer wegquascht von hinten Ich hab Spaß mit den Jungs da hinten Ich hab dann ihren Schwuchtel, die die zerstört Da steht noch einer Unten rechts ist noch einer runtergesprungen, direkt hier vorne ist einer Ich hab ein Schild auf dem Rücken Hat KRD Hat KRD Hat KRD Der Typ hatte KRD Könnte ich nichts gegen machen Ja, wenn man die nicht zufällig direkt trifft, dann kriegt man höchstens nur einen Break Ja, nur nicht mal, bekam nur das KRD Zeichen Aber damit hab ich ihnen schonmal gehittet Jedenfalls etwas Was ist denn das KRD Zeichen? Von wegen, du kriegst keinen Explosionsschaden, gibt's ja dieses Kit KRD Und dafür gibt's ein Signal, wenn jemand KRD hat und du mit einer Explosion auf den draufschießt Kannst du mal sagen, wenn man nicht direkt hittet, dann um KRD hat, braucht man drei Schüsse um down zu gehen Ja, ich weiß, KRD ist relativ stark in dieser Hinsicht Komm, Ender Aber was hätte ich machen sollen, das war die beste Idee Damit haben sie keinen Heli mehr, um zu fliegen Äh, vor mir Auto Auto fährt Hä? Ping Habe ich Es wird mir nicht angezeigt Okay Farcex Pings werden ab sofort nicht mehr angezeigt, okay, geil Fresse fassen Meine Fresse zöhne ich Sniper Schuss Von wo? Kann ich nicht beurteilen, er ist rechts in mir eingestiegen Was? Okay Wir sind in der Sicherheitszone Wir müssen ja hier in die Sicherheitszone reinkommen, das bedeutet, wir dürfen rein Ja Da hinten hat jemand wieder anbelebt Oben drauf Sie sind aktiv Hat jemand die Tür im Blick? Nop Mach dann die bitte mal zu Da oben geschossen Ah Da einer Da einer Und da einer Und da einer Und da einer Unten drinnen sitzt einer Da ist einer Ja, noch nicht schießen, noch nicht schießen Warten bis er kommt, bis du das Weiß in seinem Auge siehst Ja, ja, alles gut Ja, ja, alles gut Ich habe auf die Distanz keinen und da sitzt auch noch einer Oben drauf Er muss jetzt rauskommen Keine Ahnung, wie es hier umpräzise meine Waffe ist, aber hey Der Gas breitet sich aus Sicherheitszone wird verlegt Auto Der Feind nähert sich Feind nähert sich Feind nähert sich Oben Hin zu uns, hin zu uns Auf dem Dach Ja Wo? Komm sicher Auf dem Dach Oben Auf welchem Dach Auf mir Schnell Jetzt ist Zeit Oben Oben Schuss Mit dem langen Dach Ja, habe ich gerade gemerkt Können sie mit dem Fallschirm hier rüber? Die müssen vor uns weg, das heißt wir warten so lange bis das nicht mehr im Gas ist und rennen erst dann in die Sicherheitszone Meine Idee Feindliche Drohne übel Meine Idee Ich gucke auf die Dings, auf die Leiter Das Gas nähert sich dir Da kommt einer runter Markiere Markiere Feind Frank Zur Sicherheitszone Jetzt Eliminiert Er ist nur down Er ist nur down Nee, eliminiert Okay, direkt Hä? Team Vibe oder nicht? Team Vibe Noch einer da an der Stelle Nee, Team Vibe Team Vibe Jetzt Team Vibe Ja, jetzt rein Beides Team Ah, ne stimmt, ehemal keinen Ehemal keinen Ehemal keinen Ehemal keinen Team Vibe, aber ich habe ihn gemacht 5,2 Spieler noch und 10 Teams Ja, stimmt, einen habe ich nicht gemacht Oberstdach Oben hier, hier oben auf dem Dach Ja Ender, ich komme rein zu dir Ich muss äh, Munitionskiste stellen Ich habe keinen Schuss mehr Könnt ihr euch auch mal bedienen Das Gas kommt näher Neue sich ein Neue sich ein Neue sich ein Neue sich ein Ja gut, ich habe Ich hatte nur noch 20 Munitionen Ich musste 190 Schuss auffüllen Ich habe eben vergessen Mein Ernährungs-Vibizonen Die habe ich jetzt auch mal schnell aufgefüllt Kein Ding Ja, lass rein Ich bin nicht der Letzte sein, wie das mit Sonne rein geht Ne, ne, alles gut Ich stehe relativ nah weit Du läuft, weißt du Ich konnte nicht aus dem Haus raus Kacke Da unten hocken welche und oben auf dem Dach sind welche Ja, das Ich wollte nicht hin Ja, ja, ich wollte da durchrennen Aber dann habe ich es selbst gehört und habe mich verkämpft Und in dem Moment kam dann einer um die Ecke War ziemlich belastend Also hinter uns ist Autos gestiegen Ich werde von hinten weggemacht Um auf dem Dach halt Easy Russe Klar gibt's mir einen Easy-Head-Shot Kein Thema Ach komm, wechsel der auf die Kacke Ich glaube ich kotze ihn ins Genick, Junge Oben links War nicht der Einzige Oder die haben das eine Team ausgelöscht Die müssen in die Zone kommen Ich bin unterwegs Nice, dass du auch direkt neben feindlichen Loadouts liegst Fällt dir überhaupt nicht auf Hä, wo ist eigentlich unser Loadout? Ach der ist eben runtergekommen Schon längst im Gas Der war schon längst unten Ungefähr da Bin unterwegs Ach der ist Schall gedämpft Schall gedämpft jetzt Schön Schopp! Und hinter dir Aber ich hab den noch gekriegt Ja du hast ihn noch gekriegt Schöne Teamvibe War ne Runde die man sich gönnen kann Oder? Ja Und Matthias, dein Statement dazu Also wir haben beide gleich viel Abschüsse, nur mal grad zu nehmen Bye Also F you